Der zweite Bulle Dieser alte Gasthof barg einiges an Geheimnissen. So auch einen Raum, den wir erst vor kurzem entdeckt hatten, das Arbeitszimmer des Kommandanten der Anlage, als noch der goldene Drache die Fahne Askanons über dem Trutzturm wehte. An der Wand hinter dem Schreibtisch hing brüchig und vom Alter zermürbt eine Karte. Leandra war fasziniert von ihr, denn sie war der Ansicht, dass die Karte die ganze Welt zeigte. Vielleicht. Für mich sah es jedoch nicht wie eine Scheibe aus. Seit einigen Tagen verbrachte sie ihre Nachmittage damit, diese alte Karte sorgfältig zu kopieren. Sie mochte es, wenn ich ihr dabei Gesellschaft leistete. Ich konnte sie zwar sonst stundenlang ansehen, aber ich schätzte nicht unbedingt den Anblick, den sie bot, wenn sie die Zunge zwischen den Zähnen und vor sich hin murmelnd seltsame Zeichen auf Pergament bannte. So hatte ich nachmittags Muße. Die ersten Tage war mir das Willkommen. Ich reinigte und reparierte meine Ausrüstung, erforschte die Keller des Gasthofs, schnitzte weitere Figuren für das Scharspiel, das ich Leandra versprochen hatte. Ich striegelte mein Pferd, ölte den Sattel, sah Lisbeth, der jüngsten Tochter Eberhards beim Kochen zu und ging allgemein den Leuten, die selbst etwas zu tun hatten, auf die Nerven. Ich hätte etwas anderes lernen sollen als das Kriegshandwerk. Gab es mal keine Schlachten zu schlagen, merkte man, dass einem eine sinnvolle Beschäftigung fehlte. Sieglinde lieh mir ein Buch mit alten Balladen. Ich sagte Danke und blätterte darin herum, aber so recht wollte es mir nicht gefallen. Also war ich geradezu erfreut, als ich Metall auf Metall erklingen hörte. Jemand übte sich in der Schwertkunst. Das Geräusch kam aus der Schmiede, die den größten offenen Raum nach den Stallungen besaß. Ich bemühte mich, leise zu sein, als ich die Tür zur Schmiede öffnete. Janos und Sieglinde befanden sich beim Waffentraining. Trotz der Kälte waren beide nur leicht bekleidet. Janos' Oberkörper war nackt. Sieglinde hatte ihre Brüste mit einem Tuch gebunden. Folgendes verriet mir Janos' Herkunft. Obgleich die Klingen, die sie führten, stumpf waren, zeigte doch jeder Fehler seine deutliche und schmerzhafte Wirkung. Nur in Tolma übte man so den Schwertkampf. Für einen Moment bewunderte ich Sieglindes schlanke Gestalt. Janos schonte sie nicht. Ihre blasse Haut war bereits von blutigen Striemen gezeichnet. Aber auch er blutete aus einem Schnitt, der schräg über seine Brust verlief. Eine Schwellung an der rechten Schulter versprach, gegen Abend ein schöner Bluterguss zu werden. Als sie voneinander abließen und Janos ihr einen Fehler erklärte, räusperte ich mich. Sieglinde lächelte mir zu, während Janos weniger erfreut schien mich zu sehen. Ich konnte ihn verstehen. »Ich sehe, ihr macht Fortschritte«, sagte ich und ließ mich auf dem schweren Amboss nieder. Jemand, wahrscheinlich Sieglinde selbst oder eine ihrer Schwestern, hatte auf einem alten Werktisch ein Tuch ausgebreitet. Darauf ruhten Wurst und Käse sowie eine Handvoll Winteräpfel. Ruchlos stahl ich mir ein Apfel und biss hinein. »Ja«, sagte Janos knapp. Er warf mir einen Blick zu, der mir zu verstehen gab, dass ich die grazile Person neben ihm nicht zu eindringlich betrachten sollte. Ich lächelte amüsiert zurück und erinnerte ihn mit meinem Blick daran, dass es noch nicht so lange her war, dass man Sieglinde hatte vor ihm schützen wollen. »Es ist Serafine«, sagte Sieglinde. »Sie ist allerdings unzufrieden mit meiner Kondition. Ich ermüde noch zu schnell.« »Serafine« war der Name jenes Geistes aus dem ersten Horn, der von ihr Besitz ergriffen hatte, als wir aufgebrochen waren, den Tempel des Eiswolfs zu finden. Dennoch war sie nicht besessen. Sie war sie selbst, nur etwas anders. Die Geister hatten versprochen, uns wieder zu verlassen. Ich selbst war ebenfalls kurz auf diese Weise vom Geist des Anführers der Truppe, dem Sergeant, besessen gewesen. Nun jedoch war er, wie angekündigt, gegangen. Nur manchmal regten sich Erinnerungen, von denen ich nicht sicher war, ob es meine eigenen waren. Sieglinde hingegen, so schien es mir, hatte den Geist der Kundschafterin mit offenem Herzen in sich aufgenommen. Als Tochter eines Wirts hatte sie gelernt, wie man einen Gasthof bewirtschaftete. Die Ereignisse der letzten Wochen aber hatten ihr gezeigt, wie wenig sie sich schützen konnte, wenn man ihr Böses wollte. Serafine, eine Streiterin des Alten Reiches, hatte mehr über das Kämpfen vergessen, als die meisten je lernten. Ich hegte den Verdacht, dass Sieglinde den Geist gebeten hatte, länger bei ihr zu verweilen. Ich hatte sie einmal darauf angesprochen, und sie antwortete mir, dass ich schon wisse, was sie tue. »Wie meint ihr das?« fragte ich sie jetzt. »In diesem letzten Waffengang habt ihr euch doch gut gegen Janos verteidigen können.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, das ist nur deswegen, weil er mich schont. Der männliche Oberarm ist kräftiger als der weibliche, und selbst wenn ich bis an mein Lebensende trainiere, werde ich nie seine Kraft besitzen. Aber ich bin schneller als er und präziser. Ich lerne, wie ich seine Klinge abgleiten lassen kann, dabei meine Kräfte einteile und auf einen Fehler von ihm warte.« Sie blies ihr Haar aus dem Gesicht. »Aber er macht keine Fehler.« Janos lächelte. »Fehler tun weh.« Ich nickte. »Müsst ihr darauf bestehen, so zu trainieren? Ihr werdet es morgen bereuen. Ein wattierter Waffenrock schützt wenigstens etwas.« »Mir ist es recht so,« entgegnete sie. »Jeder Schmerz erinnert mich besser an einen Fehler als alles andere.« Sie lächelte schelmisch. Außerdem lenkte sie ihn manchmal ab. Ich zog eine Augenbraue hoch. »Nur manchmal?« »Harwald?« »Ihr habt ein eigenes Liebchen, dem ihr Komplimente machen könnt.« »Tut mir den Gefallen und belasst es auch dabei,« knurrte Janos. Ich lachte. Ich konnte nicht anders. »Verzeiht, Janos«, sagte ich dann, als er mich böse ansah. Aber er hob die Hand. »Schon gut.« »Ich frage mich nur, wie lange man mich damit noch an der Nase ziehen wird.« »Wie seht ihr selbst eure Fortschritte?«, fragte ich Sieglinde und hielt diesmal meinen Blick auf ihrem Gesicht. Sie zuckte mit den Schultern. »Götter, ein Wunder, dass es nicht Janos war, der grün und blau geschlagen wurde.« »Ich muss ausdauernder und schneller werden.« »Serafine sagt, dass Geschwindigkeit Kraft mehr als ersetzen kann.« Sie blickte etwas zweifelnd rein. »Sie hat recht damit. Ihr solltet weitermachen, bevor die Kälte euch steif werden lässt. Wollt ihr uns noch ein wenig zusehen?«, fragte Sieglinde. »Oder vielleicht selbst einen Waffengang wagen?« »Ich sehe euch niemals üben,« setzte Janos nach. Ich schüttelte den Kopf. »Ich wehre euch nicht von Nutzen.« Sokora bescheinigte mir gerade eben, dass ich keine Ahnung von Schwertarbeit hätte. Also würde ich Sieglinde nur schlechte Manieren beibringen. Man soll bei einem Lehrer bleiben, heißt es. »Ihr seid alle beide verrückt,« sagte Janos später am Abend. »Ihr wollt euch noch einmal in die Eishöhlen wagen und durch diesen Tunnel nahe an die Festung gelangen. Und dann wollt ihr ein altes, magisches Tor verwenden. Wenn ihr all das überlebt, wollt ihr nach Askir reisen, in eine Konferenz gekrönter Häupter hineinplatzen, um dann dort um Hilfe gegen Talak zu bitten. Anschließend kommt ihr mit einer Armee, Schiffen und Magie zurück und versetzt Talak eine Niederlage, die so vernichtend ist, dass es aufgibt. »Ist das so in etwa der Plan?« Leandra nickte. »Nicht ganz,« sagte ich, »aber so in etwa.« »Was fehlt?«, fragte Janos. »Das alte Reich ist wesentlich dichter besiedelt als die Länder hier.« Ich stopfte meine Pfeife. »Und?« »Kela war eine unserer größten Städte. Zumindest bevor Talak sie erobert hat. Ich bin mit solchen Zahlen nicht gut, aber ich glaube nicht, dass Kela je mehr als 50.000 Einwohner hatte.« Meine Pfeife zog und ich lehnte mich zurück. »Ich verstehe noch nicht, worauf ihr hinauswollt, Harwald,« sagte sie glinde. »In den sieben Königreichen,« so nennt sich das, was einst das Imperium war, »wie groß ist ihre größte Stadt, Meisterkennert? Wie viele Menschen leben dort?« »Das wäre dann die imperiale Stadt Asgir,« sagte der Gelehrte, sah mich aufmerksam an. »Ich denke, dass dort etwas über zwei Millionen Menschen leben.« »Was ist eine Million?«, fragte Varosch. »Tausend mal tausend.« »Das ist nicht möglich.« Sieglinde sah Kernert fassungslos an. »Ihr meint das nicht ernst, oder?« »Doch,« sagte Kernert, »ich kann das nicht fassen,« meinte Sieglinde. »In dieser Stadt leben fast mehr Menschen als in unseren drei Reichen zusammen?« Kernert nickte. »In den sieben Königreichen leben etwa 21 Millionen Menschen, grob geschätzt.« »Ich wusste nicht, dass es auf der ganzen Weltenscheibe so viele Menschen gibt,« sagte Varosch. Er war gerade dabei, zu Koras Zopf zu binden. Das fünfte Mal heute Morgen. Meine Vermutung war, dass er es gerade lernte. »Ich auch nicht,« sagte zu Korra. Sie blickte von mir zu Kernert und zurück. »Niemand wusste das,« fügte sie hinzu und wurde sehr, sehr nachdenklich. »Wie wäre es, wenn ihr uns endlich den Rest eures Plans erklären könntet?«, fragte Janos ungehalten. »Geduld. Ich bin dabei. Ich sah Leandra an. Wie viele Menschen, denkt ihr, zählt unser Land?« »Ich kann nur für Ilian sprechen. Aber es ist das Größte der drei Königreiche. Dort werden es wohl so um die 500.000 sein.« »Nun, da habt ihr eure Antwort,« Janos. »Ascanon wusste, was er tat, als er diese Kolonien hier gründete. Unser Land ist reich und fruchtbar. Die Länder hier sind oder waren fast so groß wie das Imperium. Wir haben etwas, was die Menschen im Alten Reich nicht haben. Platz. In Asgir haben sie dafür etwas anderes.« Alle sahen mich erwartungsvoll an. »Was, nun sagt er es endlich?«, Janos fixierte mich. »Das Wissen, wie man eine Legion aufstellt, ausbildet, versorgt und befehligt. Alle Armeen, die ich je kannte, liefen nicht nur auf den Füßen ihrer Soldaten, sondern auch auf einer Straße aus Papier. Wenn Asgir nicht untergegangen ist, gibt es Archive. Dort finden wir alles, was wir brauchen. Und Menschen, die sich wahrscheinlich an ihre alte militärische Macht erinnern. Ihr hofft, ein Buch zu finden, in dem steht, wie man eine Legion nach altem Muster ausbildet? Und Leute, die euch helfen, eine Legion aufzustellen?« Janos sah mich fassungslos an. Kennard lächelte. »Du willst nach Asgir gehen und Legionen aufstellen?«, fragte Leandra. »Es ist eine Sache der menschlichen Natur«, sagte ich und genoss die Wärme des Pfeifenkolbens in meiner Hand. »Denkt euch, ihr lebt in einem Land, das einst das mächtigste Imperium der Weltenscheibe war. Ich wette, mein Pferd, dass es dort jede Menge Balladen gibt, die das alte Imperium glorifizieren. Es wurde nie besiegt, oder?« Kennard schüttelte den Kopf. Der Imperator dankte ab. Das war alles. »Freunde, was meint ihr? Wie viele junge Männer träumen dort von diesen alten Zeiten? Ihr wisst doch, früher war immer alles besser. Das Abenteuer ruft und solche Dinge.« Janos nickte bedächtig. »Das könnte funktionieren. Aus den verloren gegangenen Kolonien nach Asgir marschieren, lautstark anklopfen und an alten Ruhm erinnern, dann Soldaten anwerben und nach den Regeln des Imperiums selbst ausbilden. Aber wie wollt ihr das anstellen? Woher sollen Sold und Ausrüstung der Männer kommen?« Ich winkte Eberhard heran. Der Wirt kam und blickte fragend in die Runde. »Ein Glas Fiorenza für jeden hier, Meister Eberhard. Aber das ist nicht alles. Könnt ihr uns berichten, was ihr jenseits des zugemauerten Kellers gefunden habt?« »Gern, sehr. Ein riesiges Lager voll mit Waffen und Rüstungsteilen.« »Danke, Eberhard.« Ich sah mich um und musste grinsen, als ich sah, wie die anderen langsam verstanden. »Bei den Göttern. Dies war ja ein Depot, ein Ausrüstungslager. Ich hätte es fast vergessen,« sagte Janos dann leise, beinahe ehrfürchtig. »Ich kann euch noch etwas dazugeben,« sagte Kernhard. Wir sahen ihn überrascht an. Er lächelte und winkte Eberhard zu sich. »Meister Eberhard, habt ihr irgendwo die Flagge gefunden?« »Welche Flagge, Sir?« »Die Flagge der Legion.« »Nein, Sir.« »Im Büro des Kommandanten steht noch ein alter Schreibtisch, nicht wahr?« Der Wirt nickte. »Geht dorthin und versucht, die Stirnwand des Schreibtischs zu lösen. Dort wurden die Flaggen oft verstaut. Schaut, ob ihr sie findet und bringt sie uns.« »Sofort!« Eberhard eilte davon. Kernhard lächelte, als er unsere Blicke sah. »Es ist ein seltsames Ding mit den Traditionen, Legenden und Balladen.« »Sagt, was ist eure Meinung?« »Hat die Zweite Legion hier ihre Mission erfüllt?« »Ja,« sagte ich. »Das Land wurde befriedet und die Magie gebannt. Sie waren erfolgreich.« »Aber keiner überlebte,« sagte Leandra leise. Kernhard ließ seinen Blick nicht von mir. »Aber das ist nicht wichtig. Die Zweite Legion hat ihren Auftrag erfüllt. Seht, Eberhard kommt zurück.« So war es, und er trug eine große, flache Kiste aus Zedernholz. Sorgsam legte er sie auf einen Nachbartisch. Wir standen alle auf. »Lasst mich!« sagte Leandra, als Eberhard den Deckel der Kiste abheben wollte. Eberhard nickte, und Leandra trat an den Tisch heran. Sie holte Tiefluft und löste den Deckel. Dort lag die Flagge, zusammengelegt. Vorsichtig entfaltete Leandra sie, während wir gebannt zusahen. Ich glaube, niemand von uns blieb unberührt. Die Flagge war etwa einem Mannshöhe hoch und anderthalb lang. Sie war rot, blutrot. Oben in der linken Ecke prangte der imperiale Drache. Entlang des oberen Randes lief eine Reihe Symbole oder Wappen. Der schwarze, schnaubende Bulle war bis ins kleinste Detail in das schwere Tuch gestickt. Zwischen seinen Hörnern trug er zwei goldene, senkrechte Balken. In goldenen Lettern standen unter den silbernen Hufen die folgenden Worte. Für Askir, den Kaiser, die Ehre und unsere Pflicht. Wo wir stehen, da weichen wir nicht. Der zweite Bulle, sagte Kennard und strich sacht über die eingearbeiteten Wappen und Symbole. Drei Kriege führte Askarnon. Der zweite Bulle war immer dabei. Und er war immer siegreich. Er blickte hoch. Sie ist die berühmteste aller Legionen. Auch weil sie spurlos verschwand und niemals jemand wieder etwas von ihr hörte. Es gab und gibt dutzende Legenden und Balladen über sie. Kennard wandte sich zu mir. Sir Harwald, ihr erschreckt mich. Wenn ihr einen Geist neu beleben wollt, dann hättet ihr schwerlich einen finden können, der mehr die Gemüter des alten Imperiums bewegt, als dieser es tun wird. Hiermit werden euch alle Türen offen stehen. Wir haben die Ausrüstung? Beantwortete Janos nun seine eigene Frage. Wir haben das Soldgold unten im See liegen. Kriegssold für die Legion für fünf Jahre. Wir haben die Flagge. Und wir haben ihren Auftrag, sagte ich und hob das Logbuch hoch, das der Sergeant mir gegeben hatte. Ich reichte es, Kennard. Lest den Dienstauftrag vor. Er nahm das Buch entgegen und schlug langsam die erste Seite auf. Im Namen Askiers berufe ich den zweiten Bullen in den aktiven Dienst. Der zweite Bulle wird zum Schutz der neuen Kolonien entsandt. Sein Auftrag ist es, das neue Land zu befrieden, zu schützen und sich aller Feinde des Reiches zu erwehren. Askanon. Janos schüttelte den Kopf. Das ist wahrlich ein kurzer Befehl. Ich erinnere mich an ausführlichere Anweisungen, bei denen es nur ums Latrinenausheben ging. Vielleicht ging Askanon davon aus, dass seine Leute denken konnten, sagte Siglinde etwas spitz. Ich schenkte den beiden keine Aufmerksamkeit. Gibt es ein Datum? fragte ich leise. Ja, am siebten Tag des neunten Mondes. Im Jahr 762 meiner Herrschaft, las Kennard vor. Gibt es ein Ablaufdatum? Er sah zu mir auf. Nein, üblicherweise wurden die Legionen zurückgerufen, wenn es soweit war. Diese wurde aber nie zurückgerufen. Der Auftrag ist noch nicht erledigt. Götter, flüsterte Leandra und sah mich an. Bei den Göttern Harwald. Du bist ein gefährlicher Mann. Ich würde es eher vermessen nennen, meinte Kennard. Ich zuckte die Schultern und antwortete Leandra, Als wir uns das erste Mal gesehen haben, wolltest du einen Rat. Den habe ich dir jetzt gegeben. Aber mehr als ein Rat ist es nicht. Wir stehen hier, und diese Flagge ist das Einzige, was von der Legion geblieben ist. Noch haben wir keinen zweiten Bullen, der den Feind das Fürchten lehrt. Noch ist es nicht mehr als ein Hirngespinst. Aber theoretisch existiert der Befehl noch. Und wenn wir mit der Flagge des Bullen dort vorsprechen, wird man erkennen, dass die Kolonien nach wie vor verteidigt werden müssen. Ich sah die anderen an. Und diese Legion wieder aufzustellen, ist unsere Aufgabe in Askir. Deshalb werden wir die Reise wagen. Und so frage ich euch, wer schließt sich uns an? Ich, sagte Siglinde als Erste. Janos sah überrascht zu ihr hinüber. Dann nickte auch er. Wer? meinte Zukora. Ich bin... Varosch hielt inne, warf erst Zukora einen Blick zu, dann grinste er in Janos Richtung. Was gibt's da zu grinsen? fragte Janos mit hochgezogener Augenbraue. Varoschs Lächeln wurde breiter. Ich stellte gerade fest, dass der Unterschied zwischen den Rassen nicht so groß ist, wie man denken mag. Wie meinst du das? fragte Janos misstrauisch. Varosch entgegnete amüsiert. Wir wurden beide freiwillig gemeldet. Siglinde fing an zu lachen. Dann lachte auch Leandra und letztlich fielen Varosch und Janos mit ein. Zukora sah uns verständnislos an. Was ist so lustig? fragte sie mich dann. Ab diesem Moment war es auch für mich zu spät und ich musste ebenfalls lachen. Dadurch, dass Siglinde geht, geht natürlich auch Janos, versuchte ich ihr dann zu erklären. Sie nickte. Und? Bei uns gibt es kein Matriarchat. Bei uns entscheidet der Mann. Sie legte den Kopf auf die Seite. Das glaubt nur ihr. Marie, rief ich. Mehr Wein bitte. Von Hoffnung und Hunden Wie verrückt seid ihr? fragte mich Janos, als ich ein gewisses Örtchen verließ. Ich seufzte und zog meinen Gürtel zu. Wollt ihr euch das zur Gewohnheit machen, mich hier abzupassen? So erwischt man euch allein. Ich seufzte erneut. Begleitet ihr mich ein Stück? Ein Spaziergang? Er fiel in meinen Schritt ein. Von mir aus? Harwald, die Frage ist ernst. Es ist verrückt. Wir gingen durch die Schmiede in den Hof und folgten dem Schneegang zum Brunnenhäuschen. Dort lehnte ich mich an die niedrige Mauer und sah nach oben. Der Abend war gekommen und gegangen, denn es war Nacht. Oben am Firmament funkelte das Sternbild des Wolfs. Seht, Leandra wird nicht eher ruhen, bis sie alles versucht hat. Ich gebe euch recht. Es ist in letzter Konsequenz wahrscheinlich sinnlos. Wir werden Talak nicht besiegen können. Vielleicht hätte es das alte Imperium gekonnt, aber eine Legion wird den Unterschied nicht machen. Warum dann das Ganze? fragte er. Hoffnung. Ohne Hoffnung stirbt der Mensch. Habt ihr die Heiligen Schriften gelesen? Ich war schon mal in einem Tempel, sagte er trocken. Ich lachte. Das war ich auch. Als ich jung war, ging ich gern und oft hin. Es war Soltas Tempel. Dass ich den Gott der Toten so oft besuchte, hatte einen pragmatischen Grund. Sein Haus stand am nächsten. Es war warm dort. Es gab immer klares Wasser und etwas zu essen. Einer der Priester dort nahm sich bald meiner an. Er lehrte mich, einen Schweinehirten, lesen und schreiben. Er erzählte mir, wie die Götter den Menschen schufen. Wie ihr wisst, sind wir die jüngste Rasse. Die Titanen wurden von den ersten Göttern erschaffen. Sie waren groß und stark, aber ungeschlacht. Ihre Bedürfnisse waren gering. Sie kümmerten sich um wenig. Und sie verehrten die Götter nur am Rande und wann es ihnen passte. Sie brachten wenig Bleibendes hervor. Denkt daran, die Götter sind Erschaffer. Sie mögen es, wenn erschaffen wird. Darum wollten sie es besser machen und erschufen die Elfen. Schlank, grazil, mit einem Sinn für die Natur, die Magie und das Schöne. Niemals baute jemand schönere Tempel, als die Elfen es taten. Sie bauten jahrhundertelang an ihnen und wurden nie fertig. Janos verzog das Gesicht zu einem Grinsen. Daran erinnere ich mich. Es heißt, das sei selbst den Göttern zu langweilig geworden. Und um die Elfen ein wenig anzufeuern, machten sie die Zwerge. Ja, die Zwerge sind praktisch veranlagte Baumeister und besitzen wenig Geduld. Sie leben nur ein paar Jahrhunderte, sind fröhlich und lachen gern. Und lieben es, die Elfen an den spitzen Ohren zu ziehen. Die beiden Rassen amüsierten die Götter. Die Welt war nicht mehr so eintönig. Die Titanen wurden vergessen und irgendwann legte sich der Letzte nieder und starb. Elfen und Zwerge aber lebten weiter. Dann schuf der Namenlose die Orks, um noch mehr Leben in die Bude zu bringen. Richtig, Orks. Schlau, ungeduldig und verdammt zäh. Nur bauten sie nichts auf. Sie genossen es, vielmehr Dinge zu vernichten. Darüber beschwerten sich die anderen Götter. Warum hast du sie erschaffen? Fragten sie den Namenlosen. Er antwortete, dass er der Meinung sei, es müsse Altes verschwinden, damit Neues entstehen könne. Astarte beschwerte sich, dass die Orks die Siedlungen anderer Rassen überfielen und deren Tempel zerstörten. Sie brächten keine Opfer dar und ehrten keinen der Götter. Wir wissen ja, dass ihr Vernichtung ein Gräuel ist und das Leben heilig. Kein Wunder also, dass sie das erzürnte. Der Namenlose aber lachte und teilte seinen Brüdern und Schwestern mit. Die Orks verehrten ihn, den Namenlosen, genau dadurch, dass sie die Tempel seiner Geschwister schändeten und abrissen. Bestürzt wandten sich die anderen Götter an Göttervater Nerton, der die Dinge in Balance hält, und berichteten, dass der Namenlose ihre Schöpfungen gefährde und Zwietracht zwischen ihnen sähe. Der Göttervater meinte, es sei nun wohl an der Zeit, die Menschen zu erschaffen. Dies sollten die Götter alle gemeinsam tun, damit es keinen Streit mehr zwischen ihnen gäbe. Dem stimmten alle zu. Auch der Namenlose. Er schien sogar erfreut darüber, gemeinsam mit seinen Geschwistern eine neue Schöpfung zu gestalten. Astarte gab den Menschen ihre Form, gleich den Elfen, die sie so mochte, und dazu noch die Liebe. Tima, der Zwergengott, gab ihnen den Fleiß der Zwerge, aber eine kürzere Lebensspanne. Um die Menschen nicht zu benachteiligen, gab er ihnen auch die Magie. Solta gab ihnen die Seele, damit sie Weisheit erlangen konnten, obwohl ihre Lebensspanne doch so kurz war. Boron gab ihnen Ehrgeiz und Janaeas die Fruchtbarkeit. So trugen alle Götter zur Erschaffung der Menschen bei. Nur der Namenlose hielt sich zurück. Er wurde gefragt, was er denn geben werde, entgegnete aber, er warte, bis die anderen fertig seien. So geschah es dann auch. Silvernus hatte auch lange gezögert, aber er gab ihnen noch die Liebe zur Natur, sodass sie die Schöpfung würdigen konnten. Dann sahen alle auf den Namenlosen. Dieser lächelte und gab den Menschen die Verzweiflung und die Todesangst. Da kam es zu einem Aufruhr unter den Göttern. Denn sie alle hatten versucht, den Menschen etwas Gutes mitzugeben oder das, was sie als gut empfanden. Manches war zweischneidig, wie der Erfindungsreichtum. Aber alles konnte vom Menschen zum Guten verwendet werden. Aber Verzweiflung, damit machte der Namenlose alles zunichte. Ich bin noch nicht fertig, sagte er dann und fügte noch Hass hinzu. So, sagte er, jetzt habe ich meinen Teil dazu getan und der Mensch wird zeigen, dass er mich am meisten verehrt. Verzweifelt und voller Hass wird er fruchtbar und erfindungsreich durch die Welt ziehen und die anderen Rassen samt ihren Werken zerstören und zuletzt sich selbst. Aber ich gab doch den Menschen die Liebe, um sie vor solchem zu bewahren, rief Astarte. Der Namenlose indes lachte sie aus. Jeder weiß, dass Verzweiflung stärker ist als Liebe. Wir haben eine wahrhaft prächtige Schöpfung vollbracht und ich freue mich darauf, sie leiden zu sehen. Aber eines hast du vergessen, sagte Nerton, der Göttervater. Ich entschied, dass alle Götter sich beteiligen sollten. Ja, sagte der Namenlose triumphierend, und sie taten es. Ein jeder, sogar Silvanus, von dem ich wusste, er würde mein Werk zunichte machen, hätte ich nicht bis zuletzt gewartet. Ich war der Letzte und schloss das Werk ab. Nein, gab Nerton zurück, ich halte das Gleichgewicht. Und willst du sagen, ich sei kein Gott? Erschrocken wich der Namenlose zurück, als der Göttervater sich vorbeugte und dem Menschen das Letzte der Geschenke einhauchte. Die Hoffnung. Eine Weile blieben wir dort am Brunnenhäuschen stehen. Janos brach das Schweigen. Ich muss euch zustimmen, Harwald. Hoffnung ist größer als Verzweiflung. Ich bin immer noch der Meinung, dass euer Vorhaben Wahnsinn ist. Aber er grinste breit und zeigte seine Zähne. Ich hoffe, dass wir es überleben. Er schlug mir auf die Schulter. Harwald, ihr seid ein seltsamer Mensch. Aber ich fange an, euch zu mögen. Dann ging er pfeifend davon. Er pfiff die Ballade von Sir Roderick. Dabei wusste er genau, dass ich sie nicht ausstehen konnte. Glaubst du diese Schöpfungsgeschichte? Ich fuhr herum. Meine Pfeife landete im Schnee. Und schon hatte ich eine Hand am Knauf meines Schwertes, die andere an der Brust, wo mein Herz skaloppierte. Bei den Göttern, Sokora. Könnt ihr nicht einmal, ein einziges Mal dieses Anschleichen unterlassen? Ihr bringt mich noch ins Grab. Müsst ihr mich denn immer belauschen? So erfährt man Dinge, sagte Sokora unbeeindruckt. Ich gehe immer so. Was kann ich dafür, wenn Menschen darauf bestehen, Lärm zu machen? Ich sah sie verdrossen an. Was wollt ihr? Hoffnung vielleicht? Meinst du, die Geschichte stimmt? Ich weiß es nicht. Was wissen wir denn schon über die Götter? Warum fragt ihr? Ich wusste nicht, dass es so viele Menschen gibt. Ich blinzelte. Bitte? Ich wusste nicht, dass es so viele Menschen gibt, wiederholte sie. Ich habe euch beim ersten Mal gehört, nur den Sinn eurer Worte nicht verstanden. Sie sah mich aus ihren schwarzen Augen an. Ich habe vorhin begriffen, dass weder die dunklen noch die hellen Elfen so tun können, als gäbe es die Menschen nicht. Wir werden mit euch zusammenleben müssen oder untergehen. Ihr fühlt euch von Talak bedroht. Auch er ist ein Mensch. Einer von euch. Aber in ihrer Gesamtheit bedrohen die Menschen wiederum alle anderen Rassen. Wenn ihr Angst vor Talak habt, was denkt ihr, wie die anderen Rassen euch fürchten sollen? Ich sah sie verblüfft an. Das war für Zokora eine ungewöhnlich lange Rede. Ihr seid mit allen fruchtbar. Könnt euch mit allen paaren, fuhr sie fort. Selbst mit Orks und uns Elfen. Sie legte die Hände auf ihren flachen Bauch. Ich spüre die Kraft der Menschen in ihnen. Rigurts Samen wird meine Welt verändern. Ich lächelte. Sie sind erst vier Wochen alt. Ihr seid auch blind für Magie. Schon jetzt sind es Lebensfunken, die ich spüren kann. Und sie strahlen. Ich war bereits einmal schwanger. Es war ganz anders damals. Harwald, ich habe Angst. Ihr? Dachtest du, ich wüsste nicht, was das ist? Ich lasse mich nur nicht von ihr leiten. Wenn meine Mutter stirbt, werde ich mein Schwert erheben, um ihren Platz zu erkämpfen. Danach werde ich unser Volk führen. Anders als meine Mutter oder die, welche vor ihr waren, lerne ich nun die Menschen kennen. Ich bin 700 Jahre alt. Als ich jünger war, sah ich, wie 20 Schiffe an der Küste anlegten und Menschen anfingen, dort primitive Häuser zu bauen. Ich lachte damals darüber. reicht 100.000 Jahre zurück. Wenn ich mein Volk leite, kann ein Fehler dazu führen, dass auch wir in einer Nacht vernichtet werden. Das macht mir Angst. Vor allem, weil ich erkannt habe, dass die Menschen alles, was sie fürchten, zerstören. Und sie fürchten uns. Ich dachte nicht darüber nach. Ich trat vor und nahm sie in die Arme. Hätte ich darüber nachgedacht, ich hätte es nicht gewagt oder einen Dolch in meinem Magen dafür erwartet. Aber sie legte den Kopf an meine Brust und war ganz still. Sokora, sagte ich, ihr tut etwas dagegen. Ihr lernt die Menschen kennen und sie euch. Ihr seid anders als wir, das ist richtig. Aber die meisten hier mögen euch. Mögen mich? Ich verstand sie kaum, so leise sprach sie. Ja, ich schwöre es bei den Göttern. Sie machte eine leichte Bewegung und ich ließ sie los. Harwald, sagte sie. Sie sah mir dabei direkt in die Augen. Ich werde an eurer Mission teilnehmen. An eurer Seite kämpfen. Für Leandras Hoffnung sterben, falls nötig. Aber wenn du die Reiche führst, Harwald, sollst du verhindern, dass die Menschen die Elfen ob dunkel oder hell ausrotten. Darauf will ich dein Wort. Ich lachte und ihr Gesicht verdunkelte sich. Ihre Augen wurden zu schlitzen und sie machte Anstalten, sich abzuwenden. Nein, Sokora, ich lache nicht deswegen. Ich will euch dieses Versprechen gern geben, aber ich werde nie die Reiche führen. Ich bin ein Schweinehirt. Schon vergessen? Du warst ein Schweinehirt. So wie deine Stadt Kela einst aus nicht mehr als zwanzig Schiffen bestand. Wenn ich die Reiche führe, werde ich verhindern, dass die Menschen die Elfen ausrotten. Ich schwöre es. Zufrieden? Sie nickte, drehte sich um und wollte gehen. Sokora? Sie blieb stehen und sah zu mir zurück. Ihr wolltet wissen, was ich von der Schöpfungsgeschichte halte, nicht wahr? Sie nickte. Ich denke, es gibt kaum einen Unterschied zwischen uns. Elf, Mensch, Zwerg und sogar Ork. Wir sind uns alle sehr ähnlich und untereinander fruchtbar. Elfen und Orks, entfuhr es ihr. Sie schüttelte sich. Niemals. Das ist noch widerlicher als mit Zwergen. Es muss ja nicht geschehen. Aber wir sind alle eins. In der Natur paart sich Gleiches nur mit Gleichem. So ist es auch mit uns. Wir sind Gleich. Wie kannst du das sagen? Siehst du nicht die Unterschiede? Ich hatte zwei Hunde, sagte ich zu ihr. Sie sah mich verständnislos an. Der eine war schwarz und reichte kaum bis an mein Knie. Er rannte ständig umher und jagte Ratten. Der andere war weiß und ging mir bis zur Hüfte. Er lag immer in der Gegend herum und fraß. Zu mehr war er kaum zu gebrauchen. Außer wenn es um den Kampf ging. Aber beide waren Hunde. Zokora fing schallend an zu lachen. So sehr, dass sie sich Tränen abwischte. Was ist so lustig? Ich war verblüfft. Zokoras Humor schloss ich mir nicht. Sie lachte immer noch, aber sie beruhigte sich langsam, auch wenn das Amusement ihr nach wie vor in den Augen stand, als sie mir Antwort gab. Niemals hätte ich gedacht, dass mich ein Mensch einmal mit einem Hund vergleicht und ich ihn leben lasse. Sie postete wieder los. Wenn das meine Schwestern wüssten. Als sie ging, kicherte sie noch immer. Ich sah ihr hinterher, zuckte die Schultern und bückte mich, um meine Pfeife aufzuheben. Harwald, sagte eine ruhige Stimme, und aus dem Schneegang, der vom Brunnen zum Stall führte, kam Kennard heran. Er hatte seinen Umhang angelegt und seinen Packen auf der Schulter. Das ist hier ja wie auf einem Marktplatz, rief ich. Ich wollte einfach nur allein sein, und dauernd kommt jemand vorbei. Es ist kalt hier draußen. Drinnen ist es warm. Ich dachte, es wäre höflich, wenn ich mich von euch verabschiede. Ihr wollt gehen? Fragte ich. Es ist Nacht. Es ist kalt. Das Wetter ist gut, und ich will nicht in einen neuen Sturm geraten. Er musterte mich. Ihr verblüfft mich immer wieder. Mit Janos zitiert ihr heilige Worte, und dann tröstet ihr eine Dunkelelfe. Er sah meinen Blick und schmunzelte. Ja, ich habe euch belauscht. Ihr erstaunt mich wirklich mit eurer Vielseitigkeit. Ich tue einfach, was ich kann. Es ist nichts Verblüffendes dabei. Er nickte. Richtig. Manchmal ist es so einfach. Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden und euch dies zu geben. Er hielt mir etwas hin. Einen Ring. Was ist das? Ich sah mir den Ring genauer an. Er war für einen Männerfinger gemacht und wog überraschend schwer in meiner Hand. Massives Gold. Auf der Siegelplatte sah ich einen Drachen und am Rande im Kreis angeordnet neun kleine Edelsteine. Ich fand ihn im Raum des Kommandanten. Er ist das, was er noch für eine Legion braucht. Der Ring des Kommandanten. Sein Siegel. Sein Siegel. So lange ihr lebt, wird er an eurem Finger bleiben. Oder er wird durch einen anderen Ring ersetzt. Ich musterte den Gelehrten. Ich werde nicht der Kommandant der Legion sein. Er knifft die Augen zusammen. Ihr habt die Wahl. Aber wer sonst sollte es werden? Es wird sich jemand finden, der geeignet ist. Vielleicht. Er war belustigt. Ich denke, es wird der Moment kommen, in dem ihr die Legitimation, die der Ring euch verleiht, gut gebrauchen könnt. Aber es ist eure Entscheidung. Mir fiel etwas ein. Er trug selbst einen Ring. Zeigt mir euren Ring. Wortlos hielt er mir seine Hand hin. Sein Ring ähnelt dem, den er mir soeben gegeben hatte. Mit dem Unterschied, dass seine Siegelplatte nur den Drachen trug, dessen Augen aus zwei kleinen Rubinssplittern bestanden. Was bedeutet euer Ring? fragte ich, als er mir seine Hand entzog. Er stellte sein Bündel ab und zog sich den Ring vom Finger. Nichts. Wie ihr seht, kann ich ihn abnehmen. Ich stamme aus Asgier. Auf meinen Reisen erinnert er mich an die Heimat. Er steckte den Ring wieder an. Mögen die Götter euren Weg begleiten, sagte er dann. Geht mit den Göttern auf euren Wegen, antwortete ich und machte eine leichte Verbeugung. Werden wir euch wiedersehen? Er zögerte ein Weilchen. Vielleicht. Dann ging er. Und ich klopfte versonnen meine Pfeife aus und stopfte sie neu. Es war fast eine Überraschung, dass ich sie nun in Ruhe rauchen konnte und mich niemand anders störte. Ich sah noch einmal zum Sternbild des Wolfsgottes hoch. Den Winterwolf hatten ihn die Barbaren genannt. Mittlerweile wusste ich mehr über ihn. Er war nur etwa alle 700 Jahre zu sehen. Er stand für Veränderung und einen neuen Frühling nach der Zeit des Eises. Eis. Jetzt erst merkte ich, wie kalt mir war. Ich ging wieder zurück in den Gastraum. Schließlich hatte ich ja noch eine Königin zu schnitzen. Dort angelangt, bemerkte ich etwas, das mir Angst machte. Zucora saß vor ihrer Gefangenen und sah sie nur an. Das hatte sie bisher noch nie getan. In den Augen der Frau standen Furcht, Entsetzen und Panik. Hat sie noch etwas anderes gemacht? Fragte ich Leandra, als ich mich an unserem Tisch niederließ. Sie schüttelte den Kopf. Auch sie beobachtete Zucora. Sie kam herein und setzte sich dorthin und blieb so. Sie sah zu Varos hinüber, der an der Theke stand und sich mit Eberhard unterhielt. Ab und zu schaute er zu Zucora, machte aber keine Anstalten, sich ihr zu nähern. Wir brechen morgen auf? Ich nickte. Es hat keinen Sinn, länger zu warten. In den Höhlen berührt uns das Wetter nicht. Je schneller wir das Tor passieren können, desto besser. Kennard ist gegangen. Ich hoffte, er würde uns begleiten. Hast du das wirklich gedacht? Nein, es war mir klar, dass er es nicht tun würde. Aber sein Wissen wäre nützlich gewesen. Ich dachte an das Gespräch mit Janos zurück. Es war bereits nützlich. Er hat uns Hoffnung gegeben. Sie legte ihre Hand auf meine. Wenn wir morgen aufbrechen, sollten wir besser früh zu Bett gehen, damit wir ausgeruht sind. Ich sah in ihre Augen und lächelte. Ich halte das für eine gute Idee. Am nächsten Morgen fühlte ich mich unausgeschlafen. Trotzdem ging es mir so gut wie seit Jahren nicht mehr. Habt ihr gute Laune, Herr Harwald? Fragte mich Eberhardt, als ich mit ihm ein paar abschließende Dinge besprach. Unter anderem auch, was mit meinem Pferd geschehen sollte. Ja, ihr hingegen seht bedrückt aus, er nickte. Ich bin ein einfacher Mann, Herr Harwald. Ich bin es nicht gewohnt, an Geschehnissen beteiligt zu sein, welche die Geschicke der Menschen ändern können. Ihr wisst, dass ich Sarah de Girancourt meiner volle Unterstützung zusagte. Alles, was in meiner Macht steht, will ich tun, aber es fällt mir schwer, meine Tochter ziehen zu lassen. Wäre sie meine Tochter, hätte ich es ihr verboten. Er schüttelte den Kopf. Sie ist nicht halb so gefügig, wie ihr denkt. Nein, ich muss sie gehen lassen. Aber es ist nicht leicht. Sarah, ich habe eine Bitte an euch. Und die wäre? Achtet auf diesen Janos. Ja, ich weiß, er sagt, dass er den Räuberhauptner nur gespielt hat, aber wir haben nur sein Wort, dass es auch so ist. Achtet auf meine Tochter. Bitte. Sie lieben sich, sagte ich. Er beugte sich zu mir vor. Es ist ein Zauber der Feen. Sie wirkte ihn, als sie noch dachte, sie müsse sich den Räubern hingeben. Sie dachte, wenn er sie liebt, schützte er sie. Was er ja auch tat. Ich erinnerte mich nur zu gut daran, wie sie ihn angesehen hatte, als sie auf ihrer magischen Geige spielte. Bist du sicher, Eberhard? Er schüttelte den Kopf. Erwähne es nicht mehr, sagte ich dann leise zu ihm. Ich hoffe, du hast Unrecht. Aber ich werde auf deine Tochter Acht geben. Danke, Sarah. Ich bete, dass euer Unterfangen gelingt und dass mein Kind zu mir zurückkehrt. Tja, sagte ich ein paar Stunden später. Ich wollte eigentlich nicht mehr frieren. Zu meinen Füßen war die Öffnung des Scharts, der in einen Raum tief unter uns mündete, dem Zugang zu den eisigen Höhlen. Wer will das schon, sagte Janos und sah zu Siglinde hinüber. Sie war etwas bleich, wirkte aber entschlossen. Ich ließ mich als Erster am Seil hinab. Noch vor drei Wochen hatte ich meinen Kettenmantel ausziehen müssen, sonst hätte mir die Kraft dazu gefehlt. Jetzt ging es, wenn auch nicht ganz mühelos. Balthasar hatte, um den Verdacht von sich abzulenken, einen der anderen Gäste, einen Bergarbeiter, in einen Wehrwolf verwandelt. Als ich diesen stellte, musste ich meine Bandklinge benutzen, die von all den Schwertern, die Ascanon je gefertigt hatte, dasjenige war, welches den stärksten Fluch in sich back. Es übertrug mir die Lebensenergie und die Jugend meines Opfers in dem Moment, als ich es erschlug. Vorher war ich alt gewesen, ein Zustand, der mir nicht gefiel, mich aber einiges gelehrt hatte. Der Schacht führte gut ein Dutzend Mannslängen in die Tiefe und endete hoch über dem Boden eines unterirdischen Raums. Hier sollten einst die magischen Energien des Knotenpunkts gesammelt werden. Hier war auch der Platz, wo nach einem Verrat neun gute Soldaten gestorben waren und für siebenhundert Jahre im Eis gefangen blieben. Am Anfang hatte dieser Raum einen unerklärlichen Schrecken für mich bereitgehalten, aber das war nun vorbei. Die ruhelosen Seelen hatten ihren Frieden gefunden. Bis auf eine. Ich sah sie glinde zu, wie sie sich gekonnt abseilte. Die nächste Person schwebte ohne sich zu bewegen herunter. Es war die Gefangene zu Koras, ihre lebende Puppe. Als sie unten ankam, trat sie zu meiner Überraschung von allein auf die Seite. Ich glaubte, jeder von uns war darüber einen Moment lang befremdet. Dann kam zu Koran nach. Sie kann sich nützlich machen. Ich gab ihr etwas von dem zurück, was ich ihr genommen habe. Zu Koras Augen hatten einen seltsamen Ausdruck, als sie mir das sagte. Vielleicht habe ich auch das in mir entdeckt, was ihr Gnade nennt. Es liegt an ihr. Wie heißt sie? Fragte ich. Sie ist jetzt Puppet. Das ist ihr Name. Bis ich anderes erlaube. Wenn es ihr die Folter ersparte, war ich bereit, sie mitzunehmen. So sahen es wohl auch die anderen, denn niemand erhob Einwände. Kannst du mich hören, Puppet? Sprach ich sie an. Ihr Gesicht war immer noch ausdruckslos, aber sie schloss einmal die Augen. Sprechen? Sie blinzelte zweimal in schneller Folge. War das Ja und Nein? Einmaliges Blinzeln. Du musst nicht mit ihr reden. Du musst nur wissen, dass sie jeden unserer Befehle befolgen wird. Jeden. Sage zu ihr, sie soll sich in dein Schwert werfen, dann wird sie es tun. Ihre Belohnung ist der Tod. Aber ich gab ihr Hoffnung. Wenn sie uns überzeugend genug dient, kann sie sogar ihre Freiheit erlangen. Zucoras Augen glühten rot. Hörst du, Harwald? Ich gab ihr Hoffnung. Ich sah zu Puppet hinüber. Ihre Augen flehten mich an, ihr diese Chance zu geben. Und Zucora hatte recht. Die Verzweiflung war der Hoffnung gewichen. Ich schloss die Augen und schluckte. Dann nickte ich. Einverstanden. Zucora sah mich überrascht an. Ich habe dich nicht um Erlaubnis gefragt? Ihr habt meine Zustimmung. Das wollte ich euch damit sagen. Sie legte den Kopf auf die Seite. Einverstanden, sagte sie dann. Vielleicht war es das unsichere Licht hier unten. An meinem Gürtel brannte nur eine Laterne. Aber mir kam es vor, als ob sie lächelte. Ich störe nur ungern, rief Janos von oben. Ich sah hoch. Er hing über mir am Seil. Aber ihr steht im Weg. Wir traten zur Seite, und er landete neben uns. Von oben hörte ich ein leises Fluchen. Dann folgte Varosch. Es muss auch einen anderen Weg hier runter geben, sagte er, als er unten ankam. Das ergibt so keinen Sinn. Ist doch viel zu mühselig, diese ewige Kletterei. Es schüttelte seine rechte Hand. Was ist passiert? fragte ich. Ich bin abgerutscht. Der Handschuh hielt, aber es wurde etwas heiß. Ich lachte. Gut, dass ihr euch fangen konntet. Ihr seid nicht verletzt. Es schüttelte den Kopf. Ihr habt recht, es muss einen anderen Weg geben, sagte Leandra. Aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Der Gang im Keller könnte dieser Weg sein, aber er endet vor einer Wand. Gemauert? fragte Janos. Er stand unter dem Schacht und nahm unsere Ranzen und Ausrüstung entgegen, welche Eberhard von oben herabließ. Leandra schüttelte den Kopf. Nein, aus Naturgestein. Es sieht aus, als wäre er nicht fertig gebaut, aber wir wissen wegen der Wagenspuren, dass er benutzt wurde. Es ist wirklich ein Rätsel. Vielleicht findet Eberhard die Lösung, während wir unterwegs sind. Ich stapfte mit meinen Füßen. Ich war warm genug gekleidet. Nur das Herumstehen ließ mich frieren. Es könnte noch von Wichtigkeit sein. Wie meint ihr das? fragte Janos. Er hielt mir meinen Rucksack hin und half mir, ihn aufzusetzen. Götter war das Ding schwer. Musste ich wirklich all das mit mir herumschleppen? Aber auf was verzichten? Wir wussten ja gar nicht, was uns erwartete. Und das größte Gewicht stellte sicherlich der Proviant dar. Dafür hatten die Götter doch wohl die Packpferde erfunden. Hätten die Götter gewollt, dass ich solche Lasten trage, hätten sie mir vier Hufe, lange Ohren und ein graues Fell gegeben. Nun, Koldenstadt ist eine recht neue Stadt. Aber die Länder sind, wenn auch etwas kalt, fruchtbar. Ja, Talak kann vielleicht bis hierher kommen, aber wenn zum Beispiel die alte Feste besetzt wäre, wäre dies das Ende seiner Expansion. Weiter schafft er es auf keinen Fall, erklärte ich Janos. Jede Mauer kann fallen. Diese nicht. Wenn ihr sie seht, werdet ihr verstehen. Das Donner-Tor ist ein Wunder. Es wäre eine Ironie, sagte Leandra, wenn die Feste, die uns hier vor den Barbaren schützen sollten, sich nun in der entgegengesetzten Richtung als Bollwerk erweisen würde. Was ist eigentlich mit den Barbaren geschehen? fragte Varosch. Ich machte eine hilflose Geste. Ich weiß es nicht. Zucora lachte hell auf und ich sah sie überrascht an. Nun, Harwald, schau dich an. Und Varosch, steckt man euch beide in Fälle und gibt euch Knüppel in die Hand, habt ihr eure Antwort. Es gibt keine Menschen und Barbaren. Es gibt nur Menschen. Ich mag Fälle, Varosch lachte, aber nicht als einziges Kleidungsstück. Ich blinzelte. Leandra lächelte ebenfalls. Sie hat wahrscheinlich recht. Die Legion hat zwar viele Barbaren im Kampf getötet, aber es war nicht immer ihre Absicht, sie auszurotten. Jeder von uns hat Barbarenblut in den Adern. Sie trieben Handel mit unseren Vorfahren. Irgendwann wurden sie zivilisiert und dann verschwand der Unterschied. Varosch zum Beispiel ist ein Name aus der alten Sprache der Barbaren. Er bedeutet Lichtfinder. Nett, sagte Varosch mit einem breiten Grinsen. Janos klopfte ihm auf die Schulter. Du hast Glück gehabt, sagte er. Es hört sich besser an als andere Namen. Es hätte auch der mit dem Esel. Sie glinte, gab Janos einen Stoß in die Seite. Der hob die Hand und lachte. Ist ja schon gut. Es gab einen deutlichen Unterschied zum letzten Mal, als wir von diesem Ort aus in die Eishöhlen aufgebrochen waren. Damals hatte kein Gelächter in der Luft gelegen. Ich sah mich um. Jeder hatte seinen Rucksack angelegt und seine Ausrüstung parat. Von oben erschallte ein ferner Gruß von Eber. Sieglinde stand unter dem Schacht und rief ein Abschiedswort zurück. Wir waren soweit. Ich überprüfte, ob meine Schwerter frei waren. Zusätzlich zu Seelenreißer trug ich noch ein normales Schwert. Sollten wir den untoten Zwergen begegnen, wollte ich nicht, dass Seelenreißer sie traf. Wer wusste schon, was man sich von untoten Zwergen so alles holen konnte? Ich hob die Laterne an. Gehen wir. Drachenliebe Wir kamen gut voran. Der erste Teil des Weges war uns bekannt. Auch wenn wir immer noch vorsichtig waren, erwarteten wir keinen Ärger. Und er blieb auch tatsächlich aus. Wir erreichten ohne Schwierigkeiten die Stelle, an der der Weg zur Donnerfeste von dem Pfad abzweigte, den wir damals zum Tempel des Eiswolfs genommen hatten. Jeder von uns warf einen Blick in diese Richtung, als wir wortlos weiter dem Gang zur Feste folgten. Ab hier war Vorsicht geboten. Nicht nur, dass es vielleicht noch untote Zwergenwächter gab, wir wussten von Sokora, dass die Höhlen nicht so ohne Leben waren, wie es auf den ersten Blick schien. Die unterirdische Landschaft war faszinierend. Es war lange her, dass die Steinmetze des Imperiums ihren Weg durch die Höhlen geschlagen hatten. Manches Mal wuchsen sich Stalaktiten und Stalagmiten direkt auf dem Weg entgegen. Alles war mit einer glitzernden Eisschicht überzogen. Der Weg führte uns in eine Höhle, die so groß war, dass der Schein meiner Laterne weder Wände noch Decke erreichte, sodass es mir erschien, als gäbe es nur uns, diesen Lichtkreis der Laterne, dieses Stück des eisigen Weges und nichts sonst. In der Höhle regnete es sogar, nur dass die feinen kalten Tropfen, die jede Faser unserer Gewänder durchnästen, manchmal salzig schmeckten. Sokora sprach von einem Meer, das sich durch den Berg gedrückt hat. Vielleicht ist irgendwo noch Wasser gefangen oder läuft durch Salz hindurch, spekulierte Leandra. Mir ist egal, wo es herkommt, solange es mir nicht in den Kragen läuft, brummte Janos. Wir standen in einem regelrechten Trümmerfeld. Felsbrocken, teilweise größer als ein Haus, waren von der Decke herabgefallen und lagen aufeinander geschachtelt, als ob ein Riese sie achtlos zusammengeschoben hätte. Kalksteinformationen wirkten, als hätte jemand Zuckerguss über diese schwarzen Felsen gestreut. Nächtige gewachsene Säulen reckten sich vom Boden zur unsichtbaren Decke empor. Der Weg, den die Ingenieure des Alten Reiches vor Jahrhunderten durch dieses seltsame Wunderland geschlagen hatten, war noch weitgehend frei von Stalagmiten. Für einen Berg lagen diese Zeiten nur ein Augenzwinkern zurück. Eine Brücke, vielleicht fünfzehn Schritt lang, führte im Bogen über einen Spalt, der tiefer war, als das Licht reichte. Von dort unten drang ein fernes Donnern und Rauschen an unser Ohr. Feucht-kalt stieg hier die Luft auf und ließ unsere Gewänder flattern. Sie führte den Geruch von Seewasser mit sich. Vielleicht hatte Leandra recht. Vorsichtig und mit Seilen aneinander gebunden, überquerten wir die Brücke und entfernten uns ein Stück von ihr. Zucora hob die Hand. Wartet hier. Sie sprach leise. Ich nickte. Wir waren nun vielleicht fünf, sechs Stunden unterwegs und mein Rucksack, der mir anfangs schon zu schwer vorgekommen war, hatte in der letzten Zeit ein Vielfaches an Gewicht gewonnen. Wir warteten. Ich fror, war müde und zu erschöpft für Gespräche. Ich mochte wieder jung sein, dank meines verfluchten Schwerts, aber Jugend allein verlieh keine Kondition. Leandras Packen war gewiss nicht leichter als meiner, dennoch hatte sie noch immer einen federnden Schritt. Ich lehnte mich an einen Stein, setzen wollte ich mich nicht, da ich befürchtete, ich könnte mich nicht mehr erheben, und schloss die Augen. Ein Trick, den gewiss jeder Fußsoldat kannte. Sie bleibt lange weg, sagte Leandra leise zu mir. Sie weiß, was sie tut. Mir wäre es lieber, es ginge weiter. Ich bin bis auf die Knochen durchnässt, sagte Janos. Er saß mit dem Rücken an einen anderen Stein gelehnt und warf kleine Steine. Ich wusste nicht, dass es so große Höhlen gibt. Es ist unheimlich hier, sagte Sieglinde. Sie zog mit ihren Zähnen die Handschuhe aus und trieb die Finger aneinander. Ob wir ein Feuer machen sollten? Hallo, rief Janos. Hallo, 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 kam das Echo zurück. Er drehte sich um und grinste. Sie ist wirklich groß. Sie ist wirklich groß. Seine Augen weiteten sich, als plötzlich in der Ferne das Geräusch herabfallender Steine zu hören war. Da erschien Zucora aus dem Dunkel. Sie rannte und wirkte wütend. Schwachsinniger Mensch, du bringst uns noch um. Schnell, folgt mir. Wenn einer stürzt, lasst ihn liegen. Wir haben keine Zeit mehr. Sie eilte davon, abseits vom Weg in einen Irrgarten von Kaltsteinsäulen, herabgebrochenen Felsplatten und verräterischen Rissen im Boden. Ich war es, der strauchelte, aber Varosch riss mich kommentarlos mit. Ich wollte gerade Zucora fragen, was das alles sollte, als ich es hörte. Hinter uns. Ein Rascheln und Schaben, Klicken und Knistern. Geräusche, die ich von der Welt der Oberfläche nicht kannte und die hier unten tiefste Furcht auslösten. Hier, rief Zucora. Sie hatte ein kleines Plateau erreicht. An dieser Stelle waren Felsplatten übereinandergefallen und dazwischen waren Säulen gewachsen, sodass das Gebilde dem Rachen eines Drachen ähnelte, mit den Säulen als Gehege seiner Zähne. Verteilt euch! Die Säulen sollen uns Schutz geben. Götter, entfuhr es Leandra neben mir. Sie hatte ihr Schwert gezogen und sah an mir vorbei in die Dunkelheit. Ich erkannte noch nichts. Achtung, ich mache Licht, rief Zucora und streckte ihre Hand aus. Ein gleißender Lichtpunkt erschien an ihren Fingerspitzen und schoss davon, um in einem Bogen aufzusteigen. In etwa 20 Mannslängenhöhe blieb der Lichtpunkt stehen und wurde immer heller, bis man die Augen abwenden musste, um nicht zu erblinden. Verdammt, rief Janos. Heiliges Exkrement. Das war Varosch. Ich sagte nichts. Mir hat es die Sprache verschlagen. Um uns herum bewegten sich um die 30... Kakerlaken? Zumindest ähnelten sie ihnen. Doch sie waren zwischen zwei und drei Mannslängen lang. Sie waren dunkelgrau. Die größte von ihnen war weiß. Sie hielt sich zurück, hatte einen Felsbrocken in etwa 40 Schritt Entfernung erklommen. Als Zokoras Licht erschien, verharrten die Bestien in ihrer Bewegung. Eine von ihnen richtete sich auf. Ihr Hinterleib pulsierte und ein Strahl grünbrauner Schleim schoss zwischen ihren Mandibeln hindurch nach oben. Dorthin, wo Zokoras Licht schwebte. Noch während der Strahl in der Luft war, sprang das Biest mit einer ruckartigen Bewegung etwa fünf Mannslängen rückwärts und verharrte dort genauso regungslos wie vorher. Der Strahl hätte Zokoras Licht getroffen, wäre es körperlich gewesen. So aber ging er hindurch und regnete ein Stück rechts von uns auf die vereisten Steine herab. Das Eis begann zu zischen und feine Rauchwolken stiegen auf. Ein widerlicher Geruch erfüllte den Raum. Leandra! Schild! presste Zokora zwischen den Zähnen hervor. Bald! Licht! Aus! Leandra nickte, griff in ihre Gürteltasche, aus der sie mehrere Beutel hervorholte. Sie öffnete sie nacheinander, sah hinein, ließ sie einfach fallen, bis sie den richtigen fand. In diesen steckte sie die Fingerspitzen hinein, murmelte etwas und zog sie wieder heraus. Ein Band glitzernden Staubs entstand zwischen ihren Fingern und dem Beutel. Mit der anderen Hand, das Gesicht in höchster Konzentration, winkte sie uns hastig zu sich, während sie selbst näher an Zokora herantrat. Wir beeilten uns, ihrer Geste zu folgen, alle bis auf eine. Pop it, die bewegungslos dastand, die Augen geweihtet. Ich fluchte leise, machte drei Schritte zurück und schleifte sie mit. In einer einzigen plötzlichen Bewegung wirbelte Leandra herum. Das Band aus Staub stand waagerecht in der Luft. Ich merkte, wie sich meine Nackenhaare aufstellten und dann, mit einem Schlag, entstand um uns herum eine Kugel aus glitzernden, tanzendem Staub. Im selben Moment erlosch Zokoras Licht. So hell war ihr Licht gewesen, dass es eine Weile dauerte, bis ich merkte, dass es nicht komplett dunkel war. Die glitzernde Kugel gab noch ein fahles, schwaches Licht ab. Zokora wankte und wäre wohl gefallen, wäre Varosch nicht herbeigeeilt. Er hielt sie einen Moment, dann ließ er sie zu Boden gleiten, kniete sich selbst hin und bettete ihren Kopf auf seine Beine. Sie war bewusstlos, ihr Gesicht entspannte sich, wurde weich und Varosch seufzte. Es strich ihr sanft über das Haar. Wirkt sie nicht wie ein kleines Mädchen? fragte er ehrfürchtig. Wer sie so sieht, muss sie doch lieben, oder nicht? Was ist passiert? fragte Janos mit rauer Stimme. Habt ihr je ein so helles Licht gesehen? kam Leandras Gegenfrage. Janos schüttelte den Kopf. Es bedurfte großer Energie, um dieses Licht zu schaffen. Sie ist erschöpft. Dennoch, wir müssen sie wecken. Sie kennt diese Viecher und ich bin wach. Zokora sprach leise und bewegte sich nicht, ließ ihre Augen geschlossen. Poppet? Poppet trat näher heran. Stein ist dein Talent, nutze es irgendwie. Wir brauchen ein Geräusch im Stein, langsam und regelmäßig. Tam, tatatatam. Und wenn du nur einen Stein auf den Boden schlägst, wir brauchen dieses Geräusch. Halte es aufrecht, solange du kannst. Fang an. Poppet trat einen Schritt zurück. Sie wippte mit dem linken Fuß. Tam, tatatatam, tam, tatatatatam, tam, tatatatatam. Gut, Zokora öffnete die Augen und sah sich den glitzernden Wall aus magischem Staub an. Funktioniert es? Leandra nickte. Gut, das kann uns das Leben retten. Varosch, ich will diese Trockenfrüchte, alles, was du auftreiben kannst, und diese Nüsse. Rosinen? Ja. Rosinen und Nüsse. Ich war einst über diese Kombination an Proviant gestolpert, und Eberhard hatte ein halbes Fass Rosinen in seinem Lager, fast ihr Gewicht in Gold wert, und eigentlich nicht zum Verzehr gedacht, sondern zum Handel, aber für uns eine ausgezeichnete Wegzehrung. Auch diesmal hatte jeder von uns seinen Beutel voll dabei. Wortlos reichte ich Varosch meinen Anteil. Er fing an, Zokora zu füttern. Sie kaute und schluckte, als ob ihr Leben davon abhinge. Tam-ta-ta-ta-tam, Tam-ta-ta-ta-tam, Tam-ta-ta-ta-tam. Ich hoffe, das hatte einen tieferen Sinn, sagte Janos. Es macht mich verrückt. Tam-ta-ta-ta-tam, Tam-ta-ta-ta-tam, Tam-ta-ta-ta-tam. Sie macht nie etwas ohne Sinn, sagte Varosch, ohne aufzublicken. Ich würde gern wissen, wie sie das anstellt. Sieglinde sah Puppet an, aber die Frau schaute an ihr vorbei, die Augen angstvoll auf Zokora gerichtet. Sie hat das Talent, Stein zu manipulieren. Im Wolfstempel kam sie aus dem Felsen, um mich anzugreifen. Sie bewegte sich im Stein, als wäre er Wasser, erklärte ich ihr. Tam-ta-ta-ta-tam, Tam-ta-ta-ta-tam, Tam-ta-ta-ta-tam. Nach dem dritten Beutel begann Zokora zu würgen, aber sie aß weiter. Was macht sie da? fragte ich Leandra leise. Ich versuchte, irgendetwas außerhalb der glitzernden Kugel zu erkennen, aber das war sinnlos. Sie braucht neue Kraft. Varosch? Ist sie heiß? Varosch nickte. Sie beschleunigt ihre Körperfunktion. Sie verzehrt und verbrennt sich selbst, um wieder Kraft zu gewinnen, erklärte Leandra und wirkte beeindruckt. Warum nimmt sie die Kraft nicht aus der Umgebung wie du? Das kann sie nicht. Sie ist eine Priesterin, keine Maestra. Sie gewinnt ihre Kraft aus Meditation, Beten und Ritualen oder aus sich selbst. Was sie eben mit dem Licht tat, war lebensgefährlich für sie. Könnst du nicht das Licht erschaffen? Ja, aber nicht so hell. Ich fürchte, es gibt einen Grund, warum es so hell sein musste. Leandra? Zucora hatte sich aufgerichtet. Tam tatatatam, tam tatatatam, tam tatatatam. Ja? Wie lange hält der Schild? Ich weiß es nicht. Eine Kerzenlänge vielleicht? Kaum mehr. Wie lange brauchst du, um ihn fallen zu lassen? Das geht sofort. Gut. Zucora ließ sich wieder zurückfallen. Was... Was sind das für Biester? Wir nennen sie Tiefenkrabbler. Was für ein harmloser Name für diese Untiere, sagte sie glinde und schüttelte sich. Sehe ich das richtig, dass sie Säure versprühen? Tam tatatatam, tam tatatatam, tam tatatatam. Ja. Zucora atmet es schwer, als sie weitersprach. Es ist ihr Blut. Und die Säure darin erzeugt irgendwie Hitze, sodass sie nicht einfrieren. Es gibt nur wenige Mittel gegen sie. Sie sind wie eure Kakerlaken. Wenn sie hellem Licht ausgesetzt werden, erstarren sie oder rennen weg. Und wie kann man sie besiegen? Nur sehr schwer. Varosch? Hast du die Königin gesehen? Den Albino? Ja. Er nickte. Zwischen den Mandibeln gibt es zwei Öffnungen im oberen Rand des Panzers, so groß wie einer meiner Daumen. Kannst du sie dort mit einem Bolzen treffen? Varosch blickte zweifelnd drein. Vielleicht. Mit drei, vier Schüssen wahrscheinlich. Du hast einen einzigen und nur einen Sekundenbruchteil, um zu zählen. Nein, ich bin nicht Brigitte. Brigitte war eine legendäre Bogenschützin aus den Balladen und Legenden. Es hieß von ihr, sie konnte eine Fliege auf hundert Schritt treffen. Ich hatte da meine Zweifel. Auf die Entfernung sah ich eine Fliege nicht mal mehr. Tam-ta-ta-ta-ta-tam, Tam-ta-ta-ta-ta-tam, Tam-ta-ta-ta-ta-tam. Sind denn unsere Schwerter nutzlos? fragte Janos. Man muss schon einen guten Streich führen, um die Schale zu durchschlagen. Dann wird man in einen Strahl Säure getränkt und der tiefen Krabbeler wird nicht mal merken, dass du ihn getroffen hast. Bösartige Biester, sagte ich. Was kann man noch tun? Sie mit Steinen zerquetschen, ertränken, in Lava grillen. Schlägt man mit einer Axt zwischen die Löcher, trifft man ihr Gehirn. Es ist so groß wie eine Nuss, nur überlebt man es nicht. Was ist mit der Königin? Jeder Krabbler ist für sich allein dumm und flüchtet, wenn er ein Geräusch hört. Aber mit einer Königin zusammen denken sie gemeinsam und sind ungleich gefährlicher. Tötet man die Königin, rennt der Rest davon oder greift alles an, was sich bewegt, also auch die anderen Krabbler. Tam-ta-ta-ta-tam, Tam-ta-ta-ta-tam, Tam-ta-ta-ta-tam. Wir sahen uns gegenseitig an. Und was ist das mit dem Trommeln? Unsere einzige Möglichkeit, antwortete Zucora. Irgendetwas stimmt nicht, sagte sie glinde. Mir wird schwindelig. Mir auch, sagte Leandra. Sie massierte sich die Schläfen. Zucora lachte bitter. Leandra, dieser Schild, Was hält er alles ab? Es ist die Vorstellung eines Diamanten, die als Grundlage dient. Diamantenstaub ist seine Komponente. Also auch Luft? Fragte die Dunkelelfe. Ja, aber hier ist doch genug davon. Aber wir brauchen frische Luft zum Atmen. Dann stinkt es eben ein wenig. Nein, wir vergiften uns, versuchte Zucora zu erklären. Ich sah sie verständnislos an. Wie das? Wenn wir atmen, verbrauchen wir einen Teil der Luft und wandeln ihn in etwas um, was wir nicht mehr verwenden können. Ein Gift. Wir atmen Gift aus? fragte Janos ungläubig. Wie soll das gehen? Glaub mir, sagte Zucora. Also werden wir entweder gefressen, in Säure aufgelöst oder wir ersticken, sagte ich. Wie beruhigend. Tam, tam, tam. Der Boden vibrierte mit jedem Schlag. Pop it, aufhören, rief Zucora. Dann sah sie zu Leandra hoch. Alle runter, Leandra. Lass den Schild fallen. Und betet. Ich kauerte mich auf den Boden und der Schild erlosch. Wir lagen alle aufeinander und vor mir, keinen Schritt entfernt, befand sich ein Tiefenkrabbler. Er hatte sich fast durch eine Kaltsteinsäule genagt. Vor mir dampfte der Boden. Eine einzige Pfütze aus Säure. Nur ein Kreissegment aus Stein und Eis, auf dem wir uns drängten, ragte in diese Pfütze hinein. Aber der Tiefenkrabbler kümmerte sich nicht um mich. Er bewegte sich rückwärts von uns weg. Hätte das Wesen, das jetzt auftauchte, nicht in fahlem Weiß geleuchtet, hätte sich das nun folgende Spektakel für mich unsichtbar im Dunkeln abgespielt. So aber konnten wir es sehen. Zuerst dachte ich, es wäre ein gigantischer Wurm, aber dann sah ich die Augen, die Hautfalten, Krallen und rudimentären Flügel. Ein Drache. Ich hatte früher schon zwei gesehen, aber keinen wie diesen. Seine Schuppen gaben ein schwaches Licht ab. Sein Schwanz flog auf den Boden und erzeugte Klopfgeräusche, die den Grund vibrieren und von oben Steine herabrieseln ließen. Er schenkte den Krabblern keinerlei Aufmerksamkeit. Sein Kopf wippte hin und her. Seine lange gespaltene Zunge witterte in alle Richtungen. Ein Strahl Schleim traf ihn an der Nase. Diese Krabbler sind ziemlich dumm, Zokora sprach gequetscht und sehr leise. Der blasse Wurm erhob sein Haupt, streckte sich zu seiner vollen Höhe von gut 15 Mannslängen und öffnete den Rachen. Augen zu, Luft anhalten, rief Zokora. Eine Woge von Hitze floss über uns hinweg. In der Nähe hörte ich knackende Geräusche, als ob im Kamin das Feuer Harz im Brennholz findet. Ich versuchte, mein Gesicht in meiner Armbeuge zu schützen. Dennoch wurde mir der Moment schier unerträglicher Hitze zu einer Ewigkeit. Dann ließ es nach. Als ich die Augen vorsichtig wiedereröffnete, ergriff mich die Angst. Keine zwei Mannslängen von mir entfernt, glomm der Boden in dunkler werdendem Rot. Die glühende Zone war wie ein Speerblatt geformt. Sie fing bei dem Stein an, auf dem die Königin gesessen hatte, war an der breitesten Stelle gut 20 Schritt breit und endete kurz vor uns. Es war unser Glück, dass Zucora einen erhöhten Platz für uns gefunden hatte. Die krachenden Geräusche kamen von den Krabblern, die in der Hitze aufplatzten und dabei Fontänen von ihrem Blut verspritzten, welche sofort Feuer fing. Dennoch bewegte sich hier und da noch ein verkohltes Bein oder eine brennende Mandibel. Dann erstarrte er in seiner Bewegung. Seine Augen, so groß wie Schilde, fixierten mich. Langsam glitt er näher. Seine Krallen bewährten Pranken sanken in den glühenden Stein. Niemals hatte ich eine solche Angst verspürt. Ich war gelähmt, konnte nichts anderes tun, als ihn gebannt anzustarren. Er legte den Kopf zur Seite, um uns aus einem Auge besser mustern zu können. Er hatte Katzenaugen, große bernsteinfarbene Katzenaugen. Er zog die Luft ein. Der Wind schoss über uns hinweg und zerrte an unseren Mänteln. In meinem Geist entstand wie von selbst ein Bild von einem anderen Drachen. Zierlicher, aufregend, erregend. Mit einem geschwollenen Kamm und einem Lächeln, das Ekstase versprach. Und ich spürte eine Frage. Ich versuchte zu antworten, dass ich sie nicht gesehen hätte, die Gefährtin, nach der der Drache verlangte. Sein Kopf senkte sich. Ich spürte Trauer und Verzweiflung. Dann wandte er sich ab und kroch davon, Steine, Krabbler und Eis unter seinem Bauch einebnend. Was ist da eben geschehen? flüsterte Leandra. Er fragte mich, ob ich ein Weibchen gesehen hätte. Ungläubiges Schweigen. Dann Janos Stimme. Die Signale. Zu Cora war das Ein Weibchen, das brünstig ist, sendet solche Signale. Götter, rief Janos ehrfürchtig. Dann kicherte er leise. Das wird uns niemand glauben. Ich dachte, er grillt uns, sagte Sieglinde. Wir sahen schweigend zu, wie das fahle Licht des Drachen langsam verblasste und irgendwann in der Dunkelheit verschwand. Ich weiß nicht, wie lange wir noch liegen blieben. Mist, sagte Janos und wälzte sich von mir herunter. Ich habe mir in die Hose gemacht. Ich auch, antwortete ich leise und richtete mich ebenfalls auf. Nach und nach erhoben sich auch die anderen. Wer würde sich nicht in die Hose machen bei dem Anblick, sagte Sieglinde leise. Es ist nicht der Anblick, es ist die Drachenfurcht, eine Art von Magie, die die Kreatur ausstrahlt. Sie macht sich so ihre Beute gefügig, gab zu Cora zurück. Ich bin dagegen gefeit. Und damit die Einzige, die nicht die Kleider wechseln muss? Wollt ihr uns das unter die Nase reiben? fragte Janos spitz. Nein, kam zu Coras Antwort, denn ich lag zu unterst. UNTERTITELUNG